Gabi's Schlagerklub. Unterwegs für den Schlager mit Videointerviews, Homestory, Outtake, Fotos, Videobildschnitte, Liveauftritte. Gabi's Schlagerklub. Die Schlagerpiloten, Kevin und Stefan. Sind wir wieder mal beieinander. Da sind wir wieder. Das letzte Mal in Bayern, heute in NRW. Heute in NRW, meiner zweiten Heimat. Ja, genau. Und was findet heute statt? Unsere Release-Party, Bonita, unser neues Album. Genau. Da haben wir in Döcking ja gar nicht groß drüber geredet. Wir haben nur gesagt, Veranstaltung, Release-Party, aber das haben wir uns dann für heute aufgespart. Das kriegen wir heute. Genau. Ja, Kevin. Und du hast schon fleißig Texte geübt. Hast du mir erzählt? Was hast du gesagt? Ob du schon fleißig Texte geübt hast. Ja, wir haben fleißig Texte geübt. Heute Morgen bin ich, habe ich dir erzählt, bin ich sehr früh wach geworden, um 8 Uhr, für Musiker recht untypisch. Hab mir gedacht, ach, jetzt übst du nochmal eben schon für heute nochmal. Und alles war wieder weg. Und da haben wir uns vorhin dann nochmal hingesetzt. Ja. Von mir ist immer noch alles weg. Das können wir dann gleich sehen. Oh Gott, ja. Das kommt von alleine. Ja, wenn wir es 20 Mal gespielt haben, läuft es. Das ist wie beim Autofahren. Aber heute sind wir ein bisschen aufgeregt. Wir machen ja heute 10 neue heute. 10 neue. Und dann ist es auch, du hörst dich dann erst mal selbst über die Anlage singen und dann mal gucken, wie es läuft. Ja, wir haben jetzt nur im Trainingslager, daheim bei der kleinen Anlage geübt. Jetzt macht es hier natürlich richtig Wumms. Das schreckt mich, weißt du, so gleich. Ganz anderer Sound. Und dann bist du abgelenkt und dann denkst du wieder, wie war jetzt die nächste Zeile? Und dann ist die schon wieder da. Ach du Scheiße, geh wieder. Hilf mir. Und dann, ja, weg. Wir haben ja quasi in den 5 Jahren oder 6 Jahren, wie lange sind wir jetzt? 6. 6. 6. Ich glaube, über 230 Songs. Und die sind alle da im Klopf hier drunter. Wir müssen, also irgendwann will ich da einen Teleprompter haben. Ich sage es jetzt nicht. Okay. Wir sind zwar schon ältere Herren jetzt geworden und zum Autofahren setzen wir auch eine Brille auf. Aber wir lernen immer noch ausländisch. Das ist besser. Man merkt, der Stefan ist noch vom alten Schlag, so wie sich das gehört. Ja, guck doch mal, vom Baujahr, der ist ja vor Christus. Das kriegst du wieder. Oh Gott, Christus, hallo. Aber dafür für mich wirklich einer der besten Produzenten in Deutschland. Das habe ich immer schon gesagt. Definitiv. Das habe ich immer gesagt. Also Stefan ist meiner Meinung nach, das habe ich von Anfang an gesagt. Das ist leimlich wieder so. Nee, nee, darum sage ich ja nicht. Ich habe das von Anfang an gesagt. Und nicht nachher erst. Oder ich rede jetzt nicht nach dem Mund. Oder wie auch immer. Ich habe von Anfang an gesagt, Top 3 in ganz Deutschland. Immer. Je nachdem, wie gut er gelaunt ist, ist er mal 3 minus. Aber er war schon mal auf 2 oder 1. War auch. Und ganz drauf an, was ich zu essen bekomme. Wenn ich mich wohlführe, ist eher. Ja, momentan ist es 3 plus. Oh, weißt du, Neueste, soll man verraten? Ja. Ab September machen wir beide eine Stoffwechseldiät. Ja. Wir haben uns angemeldet. Wir werden berichten, ob wir scheitern oder nicht. Weißt du warum? Ab September? Dann würden wir den im August noch grillen und saufen können. Wir müssen ja von Nita noch irgendwie feiern. Ja, ja, ja. Wir haben jetzt jeden freien Tag, haben wir zugekleistert. Mit Grillpartys und keine Ahnung. Ja. Volles Rohr. Ja, volles Rohr. Wir fallen dann von 100 auf 0. Weißt du, das wird richtig hart. Stefan, mal so an dich gefragt. Wie hat man immer noch die Einfälle nach so vielen Songs? Du produzierst Amigos, Christian Franke, Fantasy, so mal gerade grob, was mir so einfällt. Wie kommt man auf die Texte, auf die Melodien, die immer anders sind und dann auch noch mit dem Wumms und so modern produziert? Zum Ersten ergänzen wir beide uns und die meisten Ideen haben wir eh beim Autofahren. Wir verbringen ja das halbe Leben auf der Autobahn. Und da sitzen wir dann schon oft mal gemeinsam im Auto. Oft fahren wir auch hintereinander. Dann ruft der eine den anderen an. Ich habe eine Idee. Was hältst du davon? Und dann wird es aufs Handy diktiert. Und wenn wir dann im Studio wieder mal zusammen sind, graben wir unsere Ideen raus, die wir so unterwegs dann kreieren. Und da entstehen dann Songs. Und das sind unsere Ideen. Die entstehen jetzt nicht unbedingt während dem Arbeiten im Studio, sondern meistens auf der Autobahn oder in ganz komischen Situationen aus dem Gespräch raus. Da hört man einen geilen Satz von irgendjemandem. Das letztens hat man ein Bild. Gabi, du geile DNA. Da können wir schon wieder einen Song draus machen. Und solche sprichwörtlich, sage ich jetzt mal, so Zeilen, die im Ohr bleiben, da hängen wir uns dann dran, schreiben dann Texte und probieren Melodien aus, Harmonien. Und da singen wir dran und basteln dran. Und da sind wir beide schon so sprudelbronnen, sage ich jetzt mal. Wir sind sehr kreativ. Absolut, ja. Da muss man ein bisschen verrückt sein. Da sind wir ja auch jung geblieben. Ja, du jetzt nicht so. Und dann funktioniert das schon. Das gibt heute eine ganz komische Show. Ich merke das schon. Wir werden berichten. Wir werden berichten. Es geht floht schon wieder. Ja, also es ist wirklich unfassbar. Vor allen Dingen Urlaubsziele, wo manch anderer noch nie was von gehört hat. Wo wir selber noch nie waren. Wo ihr selber noch gar nicht gewesen seid. Und trotzdem kommen da die Ideen. Und man fühlt sich einfach dahin versetzt und träumt mit. Wie geht es euch? Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr euch bei den Songs fühlt. Wäre cool. Wäre mal schön. Ja. Lesen wir auch durch. Ja. Ach, das wollte ich sowieso mal sagen. Man muss jetzt nicht meinen, zum Beispiel wenn was gepostet wird. Oder ich sage mal, du stellst ein Video raus. Man muss jetzt nicht meinen, dass wir das nicht lesen. Wir gucken auch immer schön nach. Nur was ganz wichtig ist, wir schreiben keine Fans an. Also alle, die euch anschreiben auf Facebook über den Messenger, das sind nicht wir. Das sind Fake-Profile. Ja. Wir schreiben niemanden an. Wir betteln auch nicht um Geld oder um irgendwelche komischen Überweisungen. Bitte aufpassen. Wir posten unsere Sachen auf Facebook, damit ihr alle im Bilde seid, was passiert bei uns. Wir nutzen das mehr oder weniger als ein bisschen Werbetool für uns, damit wir euch informieren können. Aber wir treten nicht in Kontakt mit unseren Fans über Facebook. Das ist ganz wichtig, weil ganz viele Fake-Profile da draußen existieren. Oder Instagram auch. Weil es ist echt viel geworden. Ganz viel. Also auch bei den anderen Künstlern, bei den Kollegen hört man es ja auch. Überall. Ist ja überall. Du hast gerade fünf gesperrt. Dann kommen die nächsten. Dann kommen die nächsten. Und immer wieder hören wir, hey, wir haben euch 100 Euro überwiesen oder 50 Euro. Und habt nicht mal Danke gesagt. Das sind nicht wir. Das kommt nicht von uns. Also aufpassen. Auch die Polizei kann da nicht helfen. Die Staatsanwalt stellt das Verfahren dann immer wieder ein. Wir haben schon öfter Anzeige erstattet. Und aufpassen auf Facebook und Instagram. Wir schreiben niemanden an. Genau. Wirklich ein guter Tipp. Beherzigen. Auch andere Künstler werden so kopiert. Stefan. Gerade läuft Olympiade. In aller Munde. Eröffnungsfeier. Habt ihr ein bisschen davon mitbekommen? Ich habe ein bisschen was gesehen, ja. Ich auch, ja. Wie fandet ihr es? Schrecklich. Geht gar nicht. Das war, also, das christliche Abendmahl von Jesus so darzustellen, das passt da nicht hin. Also man muss sagen, das geht, meiner Meinung nach, viel zu weit. Und man sollte mal wieder zurückkommen zu den Werten, mit denen wir groß geworden sind, die uns ausmachen, unsere christlichen Werte. So sind wir erzogen worden. Und ich weiß nicht, was die im Schilde führen, was da los ist auf der Welt. Und ich finde es nicht schön, aber ich will hier auch nicht Politik machen. Wir sind Künstler, wir haben da nichts zu sagen. Will auch nicht groß darüber reden, nur ich fand es nicht schön. Ich habe nur gedacht, man stelle sich vor, man hätte eine andere Religion genommen. Da wüsste ich jetzt nicht, was los wäre. Also, insofern, wir haben uns da auch drüber unterhalten. Ich gucke auch keinen Olympia mehr. Ich boykottiere das komplett, weil das geht mir zu weit. Und die Presse, wenn die dann schreibt, es würden sich nur die Konservativen aufregen, ja, dann bin ich halt konservativ. Ich habe heute zufällig einen Beitrag gesehen von Olympia beim Damenboxen. Und da waren natürlich auch Männer dabei, die sich als Frauen verkleiden. Und der Kampf wurde sofort nach dem ersten Schlag abgebrochen, weil die Frau nicht mehr konnte. Das geht einfach zu weit. Das ist nicht mehr das, wie es ist. Das ist auch nicht Olympia. Die Welt steht auf dem Kopf. Und warum da niemand was dagegen unternimmt, frage ich mich. Und warum das alles toleriert wird. Vielleicht sind wir mit unserer Toleranz schon viel zu weit. Ich weiß es nicht. Mir gefällt es auf jeden Fall nicht. Ich sage mal, Olympia, da hat es ja immer schon gegeben. Aber noch nie so wie jetzt. In einem anderen Maß. In einem ganz anderen Maß. Das soll ja ein fairer Wettbewerb sein. Wo ist denn das noch fair, wenn ein Mann gegen eine Frau boxt? Olympia stand immer für faire Wettbewerbe. Ich weiß, so Szenen wie damals, jemand ist geschwommen, kam aber eine Viertelstunde später an. Oder ist bei dem Bus gekommen oder wie auch immer. Aber olympisch war halt, dabei sein ist alles und das Ziel kommen. Das war der olympische Gedanke. Das war toll. Und faire Wettbewerbe, absolut. Aber dann durch diese Gleichheitsgeschichte kann man ja auch alles machen. Um kurzes Willen. Aber da hört es ja dann auf. Das geht nicht. Also wie Stefan so sagte, ein Boxkampf. Zwischen Mann und Frau geht nicht. Kann man nennen. Ja, das ist Schwachsinn. Ja, da kann man drüber diskutieren, wie man möchte. Es wird halt im Moment alles total hochgehypt. Und ich sage dazu nur, ich gucke meine Pferde. Und der Pferdewettbewerb ist für mich noch das Ding, wo alles irgendwo so ist, wie es sein soll. Weil die Pferde können sich nicht vorstellen. Entweder sind sie gut drauf an dem Tag oder eben nicht. Und das ist das Highlight für mich bei den olympischen Spielen. Aber alles andere kann ich auch nur boykottieren. Bin ich ganz ehrlich. Ja, mach ich auch. Ist so. Was ist euer persönlicher Song auf dem neuen Album, Bonita? Mach du zuerst. Boah. Hab ich dich überrascht? Ja, jeder Song ist natürlich wieder wie immer ein Baby. Wir arbeiten stundenlang, wochenlang an so einem Song, bis der fertig ist. Deswegen ist jeder Song auf dem Album wieder besonders. So einen Lieblingssong, muss ich jetzt sagen, haben wir eigentlich schon. Der war ja die erste Single. Was heißt das schon? Das ist schon so ein Song, da blühen wir auch für beide. Der ist auch unser Intro jetzt geworden, unser neues. Mit dem kommen wir dann auch auf die Bühne. Dann sind die anderen Songs alle wunderbar. Die reihen sich nahtlos ein. Wir haben auch wieder Frauenwelt besungen. Die Gina, Oh Gina, haben wir dabei. Oder auch wieder Venedig ist auch besungen. Es ist wie immer Schlagerpiloten-Style. Viel Romantik diesmal dabei. Weniger Orte und weniger Süße. Aber trotzdem, wie immer eigentlich, schön, schön, romantik. Das war jetzt so dein Lieblingssong. Und deiner? Ja, ich kann mich da anschließen. Aber momentan, bei mir ist das immer so. Bei mir, soll ich immer nehmen? Ja. Okay. Bei mir ist das so. Es wird schwer, ne? Nein. Achso. Es wechselt auch immer bei mir. War bei Rio genauso. Bei Rio hatte ich mal die Woche die, die Woche die zwei und wie auch immer. Momentan ist es bei mir einmal noch. Und du bist wieder Sommer. Das sind die zwei, die ich momentan so richtig, da fahre ich gerade drauf ab. Vor, ganz klar, das, was du gesagt hast. Und natürlich Playa Bonita. Weil ich stehe auf diese Rhythmen. Das ist unser Ding. Kann ich den ganzen Tag hören und auch machen. Ja, aber dann habe ich dann so. Du bist wieder Sommer. Und dann voll drauf. Das ist schon geil. Ja, und das einmal noch, das ist ja auch deinem Papa gewidmet. Das hat ja auch ein bisschen Hintergrund. Wir würden alles dafür geben, einmal noch mit ihm am Tisch zu sitzen. Und hört es euch einfach an. Es ist wirklich sehr, sehr emotional. Nein, auf jeden Fall. Das gibt es ja nicht nur zum Download, sondern auf CD. Dann habt ihr Fanbox. Ja. Mach doch mal so ein kleines Unboxing. Ja, in der Fanbox haben wir diesmal eine Kühlbox dabei. Dann, weil wir, wie man auch sieht, gerne grillen. Aber da haben wir ja dann, Saisonende hören wir ja auf. Ja, das kommt ja dann. Ja, wir müssen ja quasi die neue Saison vorbereiten. Platz machen. Es kann nicht so weitergehen, weil sonst brauche ich eine neue Uniform. Auf jeden Fall sind wir da am Arbeiten, in jeglicher Hinsicht. Das ist natürlich dabei. Dann eine DVD, eine CD natürlich. Genau. Und je nachdem, es kommt immer drauf an, wo man bestellt. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Shop24 bestellt, da kann man noch eine Tasse dazu bekommen, Bonita-Tasse. Oder ein T-Shirt oder ein Hoodie. Schlüsselanhänger. Schlüsselanhänger haben wir auch. Also viele, viele schöne Sachen mit schönen, coolen Farben. Also schon schön. Ja, hallo? Ja, schön. Ich habe selber drei Stück bestellt. Ja, ganz cool ist die Kühlbox. Da passen sechs Bier rein. Ein Sechser-Pack. Ein Sechser-Pack. Da müssen wir vorher mal alles testen. Ja, genau. Ja, schön. Ja, auf jeden Fall. Also das Album wird mit Sicherheit, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich glaube, das wird wieder eine Nummer eins. Wie kommst du darauf? Weil das mein Gefühl sagt. Echt? Das kann nur so sein, weil eure Fans sind einfach die Besten. Ja, also 100% gebe ich dir da recht. Aber wir haben zum ersten Mal bei dem Album so kein Gefühl, ne? Wir haben überhaupt kein Gefühl im Moment, nein. War natürlich jetzt auch sehr viel Arbeit mit unserer Schlager nach den Weiß. Da waren wir sehr abgelenkt. Deswegen haben wir vielleicht auch das eine oder andere Posting an unsere Fans vergessen. Das war extrem viel Arbeit. Wer da war, der kann es verstehen. Und jetzt haben wir natürlich auch das Gefühl, vielleicht haben wir ein bisschen zu wenig Werbung gemacht, aus eigener Sache raus. Aber wir haben hoffentlich niemanden vergessen. Wir haben genug Werbung gemacht, auf jeden Fall. Aber wir waren nicht ganz so extrem fleißig wie bei Rio, muss man jetzt auch sagen. Aber bei Rio hat man auch keine Schlager nach. Da war ihr nicht so abgelenkt. Das ist schon richtig. Aber ich bin eigentlich der Meinung, eure Fans wissen ganz genau, dass das Album morgen rauskommt, am Freitag. Ja, natürlich. Der Post geht natürlich und das Interview auch erst morgen raus. Also heute dann? Das macht ja nichts. Nee, nee. Das schaffe ich nicht. Dann müsste ich ja heute Nacht arbeiten. Wenn heute Freitag ist? Ja, wenn heute Freitag ist. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es kapiert. Können wir das nächste Mal bitte vorabschmeißen? Ja, klar. Lauf mir nicht aus dem Böden, Stefan. Naja, auf jeden Fall muss ich aber noch eins dazu sagen. Also wer nicht bei der Schlagernacht in Weiß war, wird es heute hier in Altbuschhausen erleben. Ich habe eben schon mal so angetestet und dich gefragt und hast gesagt, ja, wir machen den Song. Ich habe ein neues Lieblingslied von den beiden. Einen ganz alten Titel, Ramona, von dir produziert, Stefan, und so geil produziert. Ja, danke schön. Für mich deine beste Produktion ever. Ja, Wahnsinn. Weißt du, wer den Tipp gegeben hat für Ramona? Ja, Andrea Berg. Ja, ich sage es mal so. Wir saßen bei Andrea Berg, hatten dort gespielt in der Hacienda im Sonnenhof. Ich sage, Andrea, ihr müsst mal Ramona covern. Das wäre doch was für euch. Mach nicht immer nur eigene neue Songs, covert mal so einen schönen alten Song. Ramona, das passt doch zu euch. Und die hat noch nie jemand gecovert. Da hat noch nie jemand gecovert. Dann haben wir das fertig gehabt, haben wir Andrea geschickt. Dann sagt sie, Jungs, mega geil, davon bin ich die Mutti. Dann bin ich die zweite Mutti. Sehr geil, sehr geil. Wirklich geil. Das muss sich jetzt nochmal loswerden. Jetzt wissen wir nur noch nicht, die ist ja noch nicht auf dem Album. Nee. Und jetzt schauen wir mal. Wir wissen noch nicht, was wir damit machen. Ich vermute, das wird die nächste Single vor dem nächsten Album. Ja. Könnte sein, ja. Ja. Könnte sein. Weil es ganz viele rufen danach und möchten Ramona haben. Und wir haben es nicht mehr geschafft, auf dieses Album drauf. Das war zu spät dann. Aber so schnell wie wir sind, sind wir jetzt schon mit einem Fuß bei dem nächsten Album. Also den ersten Titel mit Ramona haben wir schon fertig. Aber wir werden den vorab vom nächsten Album schon bringen. Und vielleicht sogar als kleines Weihnachtsgeschenk. Und wir haben beim nächsten Album eine ganz tolle Überraschung. Die du jetzt aber noch nicht verhältst. Natürlich nicht. Aber es ist eine tolle Überraschung. Weil vor dem Album, nach dem Album ist vor dem Album. Den Spruch lerne ich auch irgendwann mal. Aber ihr wisst ja, was ich meine. So ist es. Und wer Interesse hat für die Schlager nach den Weiß nächstes Jahr, die neue Homepage ist fertig. Termin ist Freitag, haben wir wieder Rockabend, der 11. Juli. Samstag die Schlager nach den Weiß, der 12. Juli. Und Frühschubben. Und der Frühschubben am 13. Der ist eintrittfrei, sagen wir auch gleich dazu. Aber ab sofort können auch Karten bestellt werden. Und beeilt euch. Oh ja. Wir sind drei Tage jetzt online. Und mehr als die Hälfte der VIP-Karten sind jetzt schon weg. Das war's. Ja, Schlager nach den Weiß ist ein Selbstläufer. Ist einfach so. Sehr, sehr, sehr geil. Ja, lange genug haben wir dafür gearbeitet. Ja, es war aber auch wirklich dieses Jahr wirklich ein Highlight ohne Ende. Ein Highlight ohne Ende. Und schaut euch auf jeden Fall mal das Line-Up vom nächsten Jahr an. Noch ein Topping mehr. Schon cool. Ja, schon cool. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was kommt von den Schlagerpiloten. Und dass ihr so zahlreich zuschaut, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen fleißig kommentiert. Die Jungs haben gesagt, sie lesen auch alles. Definitiv. Nicht immer sofort, aber wir lesen es. Wir lesen es. Dann sage ich danke. Wir danken. Und wünsche euch gleich ganz viel Spaß. Danke dir auch. Ja, los. Vor allem bei Ramona. Bei Ramona. Heute sind wir ein bisschen aufgeregt. Aufgeregt. Ja, weil die Texte vielleicht nicht so hundertprozentig sind. Ja, da kriegen wir schon hin. Kommt aber. Wir helfen uns gegenseitig. Na klar. Der eine weiß was von dem anderen. Oder beide wissen nichts. Da kriegen wir schon irgendwie hin. Bei der Schlager nach den Weiß. Ich glaube, ich weiß nicht, welche Nummer. Ich glaube, was war das? Cuba Libre, meine ich. Und ich habe mir die Rippe angebrochen beim Aufbauen. Dann hat es da gestochen. Und ich war raus mit dem Text. Guckt den an. Er guckt mich an. Dann will er mir zuflüstern. Sing. Sing. Ich kann nicht so. Ja, so geht es bei uns. Life is life. Aber du hast hoffentlich jetzt deine Rippe schon ein bisschen geschont. Es tut noch weh. Aber die Schmerzen werden weniger. Es ist gut, drei Wochen jetzt her. Man sagt sechs Wochen. An der Stelle von allen Fans, gute Besserung weiterhin. Danke dir. Wie schon gesagt, gleich mega viel Spaß hier in Altbuschhausen, in Oberhausen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in alter Frische. Danke, Gabi. Bis dann. Ciao. Ciao.